Einen kühlen Kopf bewahren, das ist ganz wichtig. Adler noch nicht auffüllen. Adler einsetzen. Adler einsetzen. Ich hab's schon wieder nicht gesehen. Spritze. Spritze. Ich hab keine Spritze. Ich verblute oder so. Oh come on, echt jetzt. Komm schon. Das wird nichts. Das wird nichts. Komm schon schneller. Was müssen wir machen? Rettungskapseldaten hochladen. Okay. Da ist unser Trupp. Und wir... Naja. Wir ermöglichen uns so... eine Zangentaktik. Da sind jetzt aber unsere schon drinnen, ne? Am besten kein Nein. Am besten... Ne, ne, ne. Am besten... Kein Adlerangriff! Oh Gott, hey! Ist doch gut, ihr Flommis hier! Wo sind Gegner? Das sind unsere... Das sind unsere... Okay, dann nicht. Wanda wieder! Schnell! Komm, 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 komm! Ich hab noch... Ein Adler für euch! Ula! Das glaube ich auch vom... vom Spiel her... Soll das nicht so hundertprozentig sichtbar sein. Aber wenn man zielt, ne? Ja, vorher zielen, dann sieht man die Symbole, dann ist in Ordnung. Einmal hier... Willa? Willa? Sind wir beide... Feinchen! ... Ula! warte mal ja wir müssen mit maschinengeber töten ich hoffe ich habe genug getötet werden wir sehen vielleicht auch wichtig dass wir die kills dann nach hause bringen um die bonus medaillen zu bekommen wegen der extra challenges werden wir sehen muni sieht auch gut aus hier auch glaube ich da ist noch muni ich glaube wir waren ganz okay drauf was die gründlichkeit angeht noch mal muni tanken gilt das auch für meine neue knarre ich glaube ja wie gut dass man die nicht behalten kann aber das wäre dann wahrscheinlich zu einfach so ein kleines leckerli dass man irgendwann dann weiß okay die wird es dann irgendwann geben ist doch für mich jetzt gerade gewesen orientierung und so geht das dann schneller wenn wir hier wenn wir hier ein bisschen mehr stehen wenn wir das machen eventuell für die freiheit und die demokratie so gut und nun wäre die ewag da alles klar aber unterwegs können wir noch ein bisschen rum ruhloren wenn wir wollen bestimmt 15 minuten zeigt der ticker an und geschützi ist auch wieder da uns kann also nichts passieren ist ja großartig kann ich endlich mal ein schluck kaffee trinken wo ist er da ist er oder ist noch mehr muni aber wir sind voll wir sind bis zum rand gefüllt mit schönen explosions bündchen warte mal da kommt wer aus schande maschinengewehr jetzt weiß nicht ob ich erwischt habe drauf halten diese verfluchten zäune weil sie nicht erwischt die durch den zu hauen spritze aua 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 hey die flogen wir auch gott nein ach so das ist keine nach also das ist keine sofort schießwaffe stimmt da war was warte mal da ist ein schlag oder so okay alles gut zurück zum maschinengewehr kurz nachladen ja ja warte auch noch mal noch mal okay sie kommen die proben einsammeln die sind wichtig ob die talschock naja gut irgendwas müssen wir machen für die demokratie schön außen halten energie sieht auch gut aus aufhalten lade nach naja geschützi ist auch wieder da aber jetzt lohnt sich das noch nehmen ist durch diese phase ist gerade durch glaube ich ist da irgendwas gewesen ne das ist einfach nur unser weg der so ein bisschen heimgesucht wurde ganz kurz nachladen ich habe warte mal stopp eine sekunde hier ist noch ne sag ich doch maschinengewehr das ist jetzt unser aktuelles magazin jetzt habe ich es verstanden ein für allemal schön die kicken mich bestimmt wenn wir zurück auf dem schiff sind maschinengewehr ja aber dann auch gleich ein bisschen money oder oder nicht hat das gegolten jetzt nachschub der lichtstrahl war gerade eben ganz kurz unterbrochen oh ja für über erde nice 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 warte mal kurz ne ist ok ist leer oh schande oh schande oh schande adler jetzt da drüben ich muss weiter werfen lernen ich muss auf den sportplatz oh warte wie gut kann man eigentlich die jäger da vom himmel holen also die die transporter die jäger killer die sehen noch so ein bisschen nach terminator aus jetzt kurz platz machen für die jungs schön dass man die augen sieht da kommt ein dicker drauf halten ich glaube wir haben ihn ne muss nachladen ist ok wir können wenn wir wollen ja mach auf warte mal was haben wir hier antimaterie reifel nein wir wollen die challenge spielen wobei ich mir fast sicher sind dass wir sie schon erfüllt haben und endlich unsere extra medaillen bekommen und dann können wir uns auch noch die stall mart holen das haben wir noch eine challenge die die sollten wir verfolgen dann ula ula naja so ist gut exzellente arbeit wir waren ein gutes team ein sehr gutes team so soll ich hat er schon klasse geschützt sie von wo von wo kommen sie in erster linie von da ok wollte ich nicht ich wollte genau hier auf die kante das ding ballern ab das werfen hier ist für mich noch so eine geschichte aber entschuldigung tut mir leid aber ist ok irgendwann kommen sie auch hier hoch das ist quasi unsere versicherung da hinten kommen auch welche ähm adler weiter werfen hier so ist gut block ich liebe den adler schneller angriff schön große fläche letztes nachladen noch eine minute wir haben es fast geschafft oh da kommen noch mehr neue freunde äh kurz werfen ja oh god bleibt da bleibt alle da bleibt alle da jetzt der große wumms jawoll ja jackpot ist ok ist in ordnung geht noch was mhm nein jetzt kommt es auf uns an da wird die sache jetzt problematisch noch 30 sekunden noch 30 sekunden das hat es so gut gemacht natürlich die exit strategie der kampf vor der flucht wie in so einem 90er action film das machen auch noch viele moderne filme weil es funktioniert weil es cool ist ein bisschen epische musik rein wie hier und das jetzt auch noch alles dynamisch ich werde ja nicht mehr noch eine sekunde ja für über erde aber es kommt noch mehr kann ich noch was nein draufhalten saubere arbeit gut gemacht gibt es das ja hier das ist ja hier nach warte gut gemacht hätte ich ganz gerne aber wie dem auch sei wir haben es geschafft und wir checken jetzt gleich nach ob wir unsere challenge wirklich absolviert haben ich glaube es gibt zwölf oder 15 medaillen ja müssten wir absolviert haben 14 medaillen haben wir jetzt insgesamt und neue aufgaben haben wir noch dazu bekommen oh die haben wir auch schon gut gespielt die war offensichtlich auch schon am start oh das sollten wir jetzt durchziehen 60 gegner bekommen wir noch hin ohne probleme warum kann ich hier nicht runterscrollen es sind jetzt wieder vier befehle offen ok von oben nach unten die 200 feinde kriegen wir noch voll und dann eliminiere drei stürmer oh das können wir doch miteinander kombinieren ich würde auch gerne sehen wie viele roboter schon für die letzte aufgabe getrackt wurden das wäre ganz hilfreich aber oh mein gott wir können endlich die stalwart besorgen lasst uns das gleich mal durchziehen wobei ja wir schalten sie frei aber wir müssen noch ein ründchen mit dem maschinengewehr drehen stalwart ganz nice genau 3,5 können wir uns sonst auch was leisten eventuell mhm es wäre alles ein bisschen weißer ne richtig Gatling geschütz mhm 4000 wollen wir sparen warum eigentlich nicht und das kostet ah das kostet Proben Lizenz zur Nutzung von Spenden kostet 60 wir haben 39 Proben ok explodierende Schrapnelle oh warte mal damit können wir bereits bestehende Taktikausrüstung upgraden erhöht den Schaden den durch Orbital Taktikausrüstungen verursachte Explosionen im weiteren Radius um ihren Mittelpunkt zufügen äh gut das war aber der Google Übersetzer ne ist ja nicht so schlimm das brauchen wir ja mehr Wurms oder eine Sekunde ne das möchte ich haben richtig Adler ich benutze lieber den Adler muss ich sagen kostet 80 ja einfach Proben sammeln mal gucken was als erstes freigeschaltet wird und das kenne ich noch nicht das orangene Symbol finden wir noch raus aber weiter Akquisitionen zeig mal bitte nein 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 aber ich möchte die andere Granate wieder zurück haben ich bin mir nicht ganz sicher ob ob das hier nicht eher so eine etwas schneller explodierende Granate ist ist gut möglich kann ich mir vorstellen weiter wir wollen können wir hier schon die Uber Credits freischalten ne dafür müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen was freischalten nein 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 wir nehmen mit die Diligence Waffen immer ne natürlich brauchen wir gar nicht lange rumzappeln dankeschön noch nicht ausrüsten wir machen das gleich und die Pistole auch Redeemer das ist eine Automatik also eine vollautomatische ist möglich ne und noch eine Medaille über mhm 155 und nein die Angebote wechseln jetzt kriege ich nicht meine weiße Rüstung für die wir gespart haben aber es wäre ein anderer Helm da aber der passt nicht zum restlichen Outfit ne ne dann dann sparen wir weiter aber nicht vergessen ne richtig Uber Credits gibt es auch im Feld einfach mal so und das finden wir fantastico hier hätte man jetzt auch zuschlagen können ne ist alles noch ne stimmt das waren ja die Prämie um Kriegsanleihen mhm dankeschön genug herumschwadroniert wir wollen unsere Ausrüstung tauschen wir nehmen jetzt mal das Präzisionsgewehr mhm Sekundärwaffe die neue Redeemer und Granate wieder die alte warte mal da steht ja ein Text eine Anti-Personen-Splittergranate erzeugt bei Explosionsschaden in einem großen Bereich ich glaube ich nehme die erstmal wieder und gucke ob ich damit eventuell besser treffe gerade bei den Roboter aber wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal zu den Arachnoiden zurückgehen mhm Booster nein Stimmpaket zufällig Helldiver ich werde die Demokratie um jeden Preis schützen aber die ändern sich ja auch von Zeit zu Zeit ne ich nehme jetzt meine Herren Stimme ich fühle mich unwohl wenn ich als Frau spiele damit kann ich mich schwer identifizieren das ist so eine ganz persönliche Geschichte ich bin das ja da drinnen ne viele sagen ja aber ich gucke ja lieber Frauen zu ne aber ich bin das ja jetzt da drinnen deswegen das ist meine Philosophie was das angeht Raumfahrt Kadett Dankeschön nice wir wollen in die Action hinein aber sofort mit einem Team und einem noch höheren Schwierigkeitsgrad Lass sie uns Stürmer müssen wir erledigen die sind da drüben Stürmer oder ja doch es gibt doch noch extra Belohnungen wenn wir Angels Venture weiter in die Höhe treiben 10.000 gibt es das müssen wir in zwei Tagen schaffen wir können uns da beteiligen aber wir bräuchten halt auch eine Mission wo es Stürmer gibt mit einem Team also entweder ne wir müssen weiter mit dem Maschinengewehr arbeiten ich glaub das waren separate Aufträge hier anspruchsvoll ja oh da sind dann mehrere Aufträge ich verstehe zwei Symbole auf einen Schlag mal ganz kurz gucken die müssten wir dann beide ne weiß ich nicht werden wir sehen werden wir vor Ort sehen doch mal ganz klein bisschen umgucken ist das ein Stürmer Säure-Titan eliminieren ne noch nicht geh mal da rüber bitte Säure-Titan ist immer Säure-Titan dann ne weiter m m m m Interkontinentalrakete starten Brutplätze sind das überhaupt Arachnoiden die Stürmer ich prüfe das mal ganz kurz nach ach guck mal was haben wir denn hier auf dem guten Planeten auf Angels Venture dreifach Challenge oder so das ist ein Stürmer m m m m den möchten wir machen es sind zwei also dürfen wir den Einsatz zweimal spielen ich hab die Gruppe geöffnet also den Spielmodus auf offen gestellt wenn ich jetzt da raufgehe und einfach warte was ich natürlich rausschneiden werde kommen dann einfach Leute dazu oder wie ist möglich ne ist möglich man könnte bestimmt auch runter und äh SOS Granaten werfen vielleicht weiß ich nicht geht der Spielautomat dann hm manchmal geht der sicherlich äh um Zeit zu überbrücken aber jetzt gerade nicht hier hallo 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 ich warte kurz noch ne Sekunde oh 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 ich hab die ganze Zeit gegoogelt auf einmal sind Leute hier wie schön das ist ja großartig also einfach dann warten ok äh Theorie bestätigt jetzt kommen die da raus ne hallo 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 das ist ja schön wir sind voll wir können runter wir können Stürme erledigen äh ich hoffe das das gilt dann auch schon als Kill wenn ich wenn ich den wahren wir wenn ich den einmal angeschossen habe werden wir sehen ansonsten müssen wir nochmal alleine runter ist jetzt Mittel weil wir unsere Stallward noch nicht haben gell hier ist noch oh hier ist noch ein optionales Ziel machen wir auch fangen wir da hinten an ist das übel ich kann nicht klicken warum nicht Entschuldigung ich hab keine Ahnung tut mir leid ich muss nochmal ran ist aber auch jetzt so ne Geschichte ne wir sind zu dritt ich kann äh hab ich gerade gelesen wir können auch eine SRS Beacon abwerfen achso weil die weil die anderen noch nicht da sind kann es das sein oder ach ungültig ne keine Ahnung ich klicke grad mhm okay ja musste jetzt so gemacht werden I don't know wir müssen mitnehmen das Maschinengewehr leider Geschützturm Adler und Orbital Präzisionsschlag okay cool und wenn wir angekommen sind werfe ich eine SRS Beacon dann können andere noch per per Schnellspiel unserem Team beitreten es geht los verdammt nochmal und ich hab frischen Kaffee hier stehen das wichtigste überhaupt während einer militärischen Aktion aber jetzt wissen wir das wie das Matchmaking funktioniert oh nice so da rüber bitte ich glaub hier brennt gleich die Luft ne hallo hallo oh ja 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 alles cool alles cool alles cool alles cool alles cool schon wieder leer ach ja stimmt das Ding ging ja extrem schnell ja block was können wir da machen äh ok bleibt dabei schön haben wir das geklärt ich brauch auch ein genau ich brauch auch ein Maschinengewehr jetzt und SOS Barg hier hin SOS Nachschub für alle ula nice ist durchgeladen gleich mal durchladen und den Nachschub nicht vergessen bloß nicht den Nachschub vergessen das wäre übel Wollen wir äh läuft ne so wir möchten erst mal ein bisschen rumtingeln ne da orientieren wir uns achso hier läuft noch was oh der ist niedergestreckt worden ne alles cool achso ja warte mal ich mach das nein das hier genau die Linie müssen ganz oben sein ah also soweit wie möglich oben ausschlagen gut ziele abgeschlossen zum nächsten NAV-Punkt Pellen mitnehmen sieht doch aus wie Tabletten oder? mal ganz im Ernst da hinten sind sie oh Backe oh Backe kommen wir überhaupt so weit rüber geworfen weiß ich nicht ist möglich endlich und den Adler lock nice durchladen macht sie alle platz erst schießen wenn ihr das gelübschige in ihren augen sieht wir müssen eine granate da rein werfen sonst hört das niemals auf nice alles cool na 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 genau das ist nicht kaputt ist mir auch schon oft passiert doppelt hält besser saubere Arbeit gut gemacht mhm wir können weiter wenn wir wollen hier in die Richtung spöre mal der muss da irgendwo sein action 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 und geschützt ist glaube ich auch wieder am Start ach ja wir müssen ja mit dem Maschinengewehr töten 60 Gegner mach mal auf langsam bitte ist in Ordnung hier Block da sind wir dabei schön drauf halten da sind noch ganz viele er macht schon den Airstrike Entschuldigung ich bin hier gerade reingelaufen kann es sein dass die SOS Barke ignoriert wird ok es ist schon draußen es kann jederzeit einer dazukommen jederzeit was gibt es denn hier schönes ah ok Antenne ich platziere Geschützi kommen sie von da ne von da ok gut Geschützi hier hin bitte ah bitte Geschütz Hilfe Geschützi wir brauchen deine Unterstützung mhm auch sehr schön auch nicht schlecht platziert kann das Geschütz soweit schießen ich sehe keine mehr vorsichtig na den Winkel bitte 6 Uhr es steht schon wir können einfach starten wir können einfach starten gut gemacht ausgezeichnete Arbeit Marker ist schon gesetzt Nachladen ist wichtig und dann können wir weiter dann geht die Party hier weiter auf dem richtigen Planeten im Namen der Demokratie alles cool ne ja alles in bester Ordnung da wäre noch was zu holen ist ja auch nur ein Orientierungsmarker ich will ja jetzt hier nicht unbedingt den Körnel schieben muss ja nicht sein ne wir brauchen den ganzen Kram das ist wichtig und das ist wichtig das sind die Lichtsäulen die ich wahrscheinlich einer vorangegangenen Folge mal erwähnt hatte da ist noch ein Gebäude ganz kurz gucken hat A4 wenig Munition oder warum blinken seine Patronen da so merkwürdig auf weiß nicht mhm Probe ich will nur gucken ist hier was schönes Pillen gar nichts Frechheit man könnte hier rein oder was oh 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 hey kommt mal her das ist irgendwas cooles das ist irgendwas cooles hier her kommt mal her ist einer hier das habe ich noch nie gesehen da müssen wir wahrscheinlich mit zwei Leuten gleichzeitig ran da gibt es den Mega-Loot bestimmt bestimmt komm mal rüber bitte danke habe ich gerade entdeckt hier ja vielen Dank den Drang oh 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 was ist das? Weihnachten es wird immer besser jetzt kriegen wir Panzer oder so gibt's so was hier Walker Dankeschön nice 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 und ein dritter muss holen oder wie wohl nicht dass einer eingesperrt bleibt über Credits Kohlemann für alle so gut warte kann ich hier nicht da sind noch mehr Kohle Credits ist ja fett ey vielen Dank merken wir uns okay das müssen wir im Team lösen und nun nach da hinten oh da kommt noch einiges raus ne Adlerangriff lohnt sich's noch aber sicher doch nice 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 ja das ist Demokratie zum Frühstück und zum Abendbrot aber abends gibt es nur Freiheit Hula so ein drittel verschossen mag an euch setzen aber wir wissen ja alle wo die Party hingeht also der Partyzug gucken nö hier ist nichts weiter hat er jetzt auch Credits dafür bekommen das wär ganz cool den Stürmer ganz wichtig den müssen wir eliminieren drei Stück wieder Mittel nicht vergessen und danach wenn wir die neuen Waffen haben gehen wir in Teams einen Schwierigkeitsgrad hoch das wird übel mhm dahin ja ich seh's da da markiere Position westlich okay hier hin ja so ist gut und nun das Loch schließen mitm Adler reinschießen Action hier alles alle drei zusammen das ist ne Miene ne Giftmine ok ok granate granate ins Loch ran da ran da hoch 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 der kommt wow krank man treff ich von hier geht das mach das schon ne Loch ist noch offen ich wiederhole das Loch ist noch offen da hinten Pillen und das Loch schließen sofort gut gemacht exzellente Arbeit zack großartig vielen Dank ist besser als okay oder obwohl Daumen nach oben komm ich weiß ich nicht ne aber wir sind ja wir müssen ja rumtingeln ich brauche Muni brauche ich Muni naja ich hatte schon mal mehr Muni einmal austauschen das ist okay und hier ist noch mehr Muni Block alles schön sauber ich denke wir sollten auch die Challenge schaffen hier mit dieser Mission aber nicht die Stürmer Challenge da müssen wir wahrscheinlich ja da müssen wir los wir müssen 3 eliminieren hm hier gibts nur 2 vorsichtig oh da kommen sie vorsichtig da drüben sie kommen sie kommen uns zu holen äh ok der lädt gerade auf sieht so gut aus das ist das das ist das beste Starship Troopers Spiel ohne Starship Troopers im Namen sogar sogar besser als alle anderen mit Starship Troopers im Namen wirklich da drüben ist doch was oder waren wir da schon ne das ist irgendwas wichtiges das ist wichtig für die Freiheit Pelenn oh was wie bitte ach Probe hat er gesagt ich hab Coole verstanden mhm 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 durchlaufen ist grad nicht ja da hinten geht die Party weiter da ist er oder Stürmer oh oh Backe oh Backe ja Orbitalangriff zauber den einfach weg mach da na geschützt äh oh da ist er jetzt Party Time oh Backe vollkommen geschützt das ist ein Problem ah ah nur weil ich da anführe oh Backe oh Backe Spritze na nein er schreit das Spiel geht kaputt doch nicht Schande jetzt hinten ran hinten ran ok 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 ich kann jetzt nur warten dass die Verstärkung rufen oh nein nice nehme ich 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 ich habe Leertaste gedrückt ist ein dicker Gegner ne richtig dick ich brauch wieder mein MG wobei für den Stürmer ist das egal ich flippe ganz kurz auf aber da liegt mein MG hoch da hoch da ich erhöre die Feuerfrequenz na komm schon nimm es diligence ja so ist gut ist er tot nein ist er nicht nein ist er nicht weg nicht gegen die Wand nicht gegen die Wand nicht gegen die Wand Moni Lea hochklettern ich weiß nicht ob er klettern kann das ist noch ne Probe erhöhte Feuerrate wenn er sich umdreht ne hinten ist er mhm 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 Adler bestücken ja ja komm schon komm schon komm schon direkt drauf ja für die Menschheit ah Hilfe ich hab hier Probleme Mentale Maschinengewehr wieder komm schon aber die Feuerrate verringern oh hier ist richtig Bambule Ula so gut wäre richtig krass wenn die noch Säureblut hätten aber vielleicht gibt es später Mods ne wobei nicht bei einem Online Spiel dass man hier Alien Gegner hat ok ich muss kurz nachladen das ist perfektes Timing dafür glaubt mir labbel ich muss wieder langsamer schießen das ist Munitionsverschwendung ich lad schon ich lad so schon häufig genug nach das ist ne Ordnung gut gemacht vielen Dank für die Blumen vielen Dank wie lieb von dir gut aber da drin sind bestimmt auch Proben da oben waren noch Proben ich bin ein bisschen zerstreut jetzt verständlicherweise wer wäre das nicht hier Muni und Proben für alle Probe gesammelt genau richtig da wollen wir hin das ist ne sehr gute Idee finde ich ja ja verstanden wir sind eine Demokratie da entscheiden alle gleichzeitig irgendwie und dann doch wieder keiner ne so läuft das nun mal er wird geballert willkommen willkommen schafft er oder ist alles sauber möglich für amerika du 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 wir können ne oh da drüben stimmt gut beobachtet noch 23 Minuten also schön ran halten die action sie ist wichtig da wäre auch noch was sehe ich gerade da hinten naja wir hatten da gesagt aber wenn wir jetzt schon mal hier sind dann oh wir sind zu viert sind wir zu viert ne ne schade ich das sind wir drei ok erstmal die ecke sauber machen und dann wieder ins feld laufen come on die ecke ist noch nicht sauber oh 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 adler oh das geht doch so schön schnell ula nice na was denn du ich geh da in die ecke rein das ist doch bestimmt so ein loch oder so das packen wir einer muss immer vorgehen warte mal warum sind jetzt nur noch zwei da ist einer abgehauen kann das sein oh dann sollten wir doppelt und dreifach zusammenhalten ok ist ok dann gebe ich nach dann laufe ich dir daher ansonsten schaffen wir das nicht mehr ansonsten packen wir die Stürmer nicht mehr Terminiden Stürmer finden jetzt sind wir wieder im Gebiet aber warum ist der abgehauen SOS Barke nicht verfügbar mach den Marker weg das irritiert nur oh was will er denn machen was hat er denn vor es bringt nichts es bringt nichts ist ok weiter hier rein absolute Konzentration da ist da ist oh da ist eine Laser Gun die kenne ich ne Bogenwerfer da würde ich jetzt ne das Maschinengewehr das brauchen wir noch für die Challenge für die Challenge oh oh wir sind nur noch zu zweit und das ist Mittel nicht vergessen es ist Mittel das ist tödlich in Hell Divero Machen wir können den wir wollen hm 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 hmm hier hin � Congratulations Adler, ist gerade nicht drinne. Na gut, da wird selber geballert. Krass, einfach nur krank. Ist der Dicke hier? Kann ich von hier aus treffen? Geht das? Das ist nicht der Dicke, das ist nicht der Dicke, das ist nicht der Dicke. Oh, Backe, ey, 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 ey. Alter Schwede, renne, mhm, alles schon mit Säure. Sind wir das? Der da schreit? Na? Gut, gut zu wissen. Oh, er hat einen Flammenwerfer, das ist ja cool. Wo hat er denn den? Bitte her. Das gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller. Aber wir sind immer noch nur zu zweit. Für den Wohlstand. Für den Wohlstand. Und soziale Gerechtigkeit. Solidarität. Was heißt der? Nein, das ist ja nicht, ne? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist Demokratie! Aber wirklich. Sowas von schöne Demokratie. So, die Löcher müssen zugemacht werden. Rein da ins Kabuff. Oh, oh. Nein! Zurück in dein Loch, du Monster. Zack. Gut gemacht. Okay, äh, Nachschub. So, ist gut. Durchladen. Ist wichtig. Moni im Gewehr ist immer wichtig. Nichts. Komm schon. Okay. Exzellent. Bedienen. Weitermachen. Hier ist noch irgendwo. Nicht vergessen. Oh, da kommen sie. Da kommen sie! Ist abgehauen. Möglich. Alles cool. Alles cool. Wir sind wieder auf Kurs. Hm, 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 hm. Ja, der Stürmer halt, ne? Der lungert hier irgendwo rum. Wir suchen ihn. Er wird wahrscheinlich nicht zu übersehen sein. Da gibt's bestimmt auch Tricks, wie man den besser mal trittieren kann. Na? Hier eventuell. In diesem Komplex. Da ist er! Okay. Na? Nein, nein! Oh, Backe! Aua! Aua! Okay. Schande. Uncool. Gegenstände fallen gelassen. Ja, jetzt muss er uns holen. Macht er. Nein, geh erst in Sicherheit. Aber gut gemacht. Doch, nicht schlecht. Müssen wir dir lassen. Hat einen guten Wurf an, ne? Hab ich sofort gesehen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Man müsste ihn überraschen. Mit dem Orbitalschlag. Oh, 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 oh. Warte mal, ich muss irgendwo rauf, wo er nicht rauf kann. Waffe! Drauf halten! Drauf halten! Ihr Monster, ihr! Es sind zu viele. Es sind auch kleine dabei. Kinder! Ja. Oh, Wahnsinn. Der kommt da runtergesprungen. Der kommt da runtergesprungen! Hilfe! Oh Mann! Oh Mann! Oh, Mann. Okay, okay. Wir müssen uns gegenseitig decken. Waffe. Das ist gut. Wir müssen, ja, Geschütze aufbauen. Irgendwo massiv weit oben. Hier zum Beispiel. An dieser Kante. Die Treppe muss verteidigt werden. Geschütze. Einen kühnen Kopf bewahren. Das ist ganz wichtig. Adler noch nicht auffüllen. Adler einsetzen. Adler einsetzen. Nein. Ich habe es schon wieder nicht gesehen. Spritze. Spritze. Ich habe keine Spritze. Ich verblute oder so. Oh, come on. Echt jetzt? Junge. Und ich habe keine Spritze mehr. Oh, Backe. Echt uncool. Ich verblute. Komm schon. Das wird nichts. Das wird nichts. Komm schon schneller. Junge. Na. Oh, nein. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Wegen Blutung. Man muss doch irgendwas dabei haben, um die Blutung zu stoppen. Vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Ohne dich wären wir heute aufgeschmissen gewesen. Aber ich lande direkt vor ihm, ne? Weg, weg, weg. Keine Zeit für Dankeschön. Es tut mir so leid. Geschütz. Geht noch nicht. Adler. Einmal haben wir noch Adler. Ja, bitte Luftunterstützung. Magazin leer. Auf pillen. Dankeschön. Immer schon hinten ran. Immer schon hinten ran. Adler. Rode nach. Magazin leer. Oh, oh, oh. Oh, Gott. Wie gut, Mann. Wie gut. Dankeschön. Jetzt bloß nicht vor Überfreude noch den Mitspieler töten. Gut gemacht. Und Likes erwähnen. Das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. Bis zum nächsten Mal.